Guten Morgen aus Berlin, es ist Samstag, der 31. Oktober um 11.20 Uhr. Ich habe sehr gut geschlafen im Vergleich zur letzten Nacht, da konnte ich irgendwie gar nicht pennen. Diese Nacht ging es besser, ich habe zwar ein bisschen Halsschmerzen, aber mit heißer Milch und Honig oder Tee wird das schon in den Griff zu bekommen sein. Ich werde jetzt erstmal schnell einkaufen gehen, dann zur Post laufen, da liegt irgendwie noch was für mich. Und um 15.00 Uhr ist dann heute DSA angesagt, unser Halloween-Special, denn heute ist ja auch Halloween und ich glaube Reformationstag in Deutschland. Mal gucken, wie viele Kinder nachher an der Tür klingeln, ich habe genügend Süßigkeiten da, die ich da rausgeben kann zur Not, mal gucken. Und wie gesagt, jetzt noch schnell einkaufen, dann das Essen vorbereiten für Jesse und Jermaine und mich. Andreas hat schon dankend abgelehnt gestern nach dem Kino, wo ich meinte, ich mache morgen was zu essen. Also nee, er ist zu Hause, wir fangen eh später an. Das heißt, ich muss eine Paprika weniger schnitzen. Ja, DSA heute ab 15.00 Uhr, ich bin gespannt, freue mich drauf, wieder ein bisschen zu spielen. Und ja, ansonsten, was steht am Wochenende noch an? Morgen kommt Chris Rudert von der Arbeit, der Chefredakteur von Männermagazin, vorbei mit einem Fotograf. Die wollte ein bisschen meine Spielsammlung fotografieren und mir ein paar Fragen stellen, so eine Art Interview führen für ein Special für die Dezember-Ausgabe, wo es um das Thema Spielen geht. Ja, Film gestern war sehr geil. Wir haben ja gestern im Sinne Star den Film Scouts vs. Zombies geguckt. So hieß er zumindest in Deutsch. In Englisch heißt er, glaube ich, Scouts Guide for the Zombie Apocalypse, Apocalypse, whatever, whatever, vor allen Dingen. Also für die Zombie-Akupalypse. Und war sehr lustig, wir waren zu viert, Raimund, Katha, Andi und ich waren da. Und der Kinosaal war relativ leer, also ich glaube, es waren vielleicht 30 Leute in einem Kino, wo 300 reingepasst hätten oder so. Das ist echt ein bisschen schade gewesen, aber war nicht weiter schlimm und wir hatten viel, viel Spaß mit dem Film. Der war sehr eklig an manchen Stellen, sehr lustig, sehr trashig, aber eine nette Abendunterhaltung, kann man so mal sagen. Ja, und nun, wie gesagt, gehe ich mal nach draußen. Blauer Himmel, Sonnenschein, es ist ein wunderschöner Herbsttag. Und mal gucken, was beim Rewe so in der Auslage liegt, was ich so noch kaufen könnte, muss. Ich glaube, ich brauche noch getrocknete Tomaten für die Paprika, Kürbisköpfe, was auch immer. Ja, und morgen, wenn morgen der Spielenachmittag nicht stattfindet, dann werde ich, glaube ich, morgen Nachmittag aufs Tempelhofer Feld zum Drachensteigen gehen. Das ist eigentlich eine super Idee. Naja, gut, also dann kommt gut durch den Samstag, habt ein schönes Halloween-Fest, vielleicht geht der eine oder andere von euch auf eine Party. Viel Spaß beim Verkleiden und wir oder ihr seht mich dann morgen wieder. Bis dann.